Kälber lieben es, dass die Amikalf-Expert zu jeder Zeit ihre Milch abrufen können. Mit Quattroflex haben wir die Möglichkeit vier Kälber gleichzeitig trinken zu lassen. Besonders Betriebe, die die Kälber in Gruppenzug kaufen, schätzen diese Funktion, denn dadurch ist das Anlernen sehr schnell erledigt. Zwei Power Mixer sorgen für die Zubereitung der Tränke innerhalb weniger Sekunden. Dabei können die Kälber trotzdem mit unterschiedlichen Rezepturen versorgt werden. Das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn Vollmilch oder Milchaustauscher oder eine Mischung aus beiden verfüttert werden soll. Jüngere oder auch auffällige Kälber können mit höherer Priorität vor anderen Kälbern versorgt werden. In solch einem Fall füttert der Power Mixer nur das bevorzugte Kalb, während der andere Mixer zwei andere Kälber versorgt. Das bietet maximale Flexibilität und die Kälber halten immer die richtige Mischung. Das alles ist möglich, weil jede Portion frisch angemischt wird, sobald ein Kalb die Station betritt. In den Trinkpausen wird der leere Power Mixer mit klarem Wasser durchgespült. So bleibt das gesamte System sauber und bereit für den nächsten Besuch. Dass der Landwirte Quattroflex mehr Kälber an einem Automat versorgen kann und dabei Geld spart, ist fast schon Nebensache.